Angefangen hat unsere gemeinsame Geschichte aus meiner Sicht bei den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000. Dort habe ich Bob, der damals als Co-Trainer von Heiner Brandt dabei war und sich seinen olympischen Traum erfüllte, erstmals bewusst wahrgenommen. Aber wie auch die meisten meiner Mitspieler nicht für vollgenommen. Wir haben uns damals direkt bei seiner Ankunft im Olympischen Dorf ein paar kreative Scherze auf seine Kosten erlaubt, die aus unserer Sicht total witzig, objektiv gesehen aber billig und böse waren. Ohne ins Detail gehen zu wollen, sie bezogen sich auf Bobs Körperlänge und ich bin rückblickend wahrlich nicht stolz darauf. Ich bin sicher, dass es ihn getroffen und auch für nachhaltige atmosphärische Störungen zwischen den beteiligten Parteien gesorgt hat. Auf der anderen Seite gibt es da dieses Foto, auf das mich erst vor wenigen Jahren jemand aufmerksam gemacht hat. Es ist direkt nach unserem dramatischen Ausscheiden im Viertelfinale gegen Spanien aufgenommen worden, bei dem ich den entscheidenden Wurf an den Pfosten geknallt habe. Dieses Spiel war bekanntlich lange Zeit mein Trauma und hat mir unzählige schlaflose Momente bereitet. Ich sitze also wie ein Häufchen Elend am Spielfeldrand und neben mir steht Bob, den wir veralbert und verletzt hatten, legt die Hand auf meine Schulter und versucht, mir in meiner dunkelsten Stunde Trost zu spenden, mich aufzumuntern. Ich überlasse es jedem selbst, die Szene zu interpretieren, könnte mir aber vorstellen, dass dieses Bild nicht ganz zu jenem passt, das der ein oder andere von Bob Hanning im Kopf hat. Ich habe keinerlei Erinnerung an diesen Moment, null. Die Stunden nach der Schlusssirene sind ein schwarzes Loch in meinem Gedächtnis, bis heute. Ich kenne nur das Bild und habe mir so meine Gedanken gemacht. Es ist natürlich spekulativ, aber vielleicht wäre einiges, was in den fast 15 Jahren danach zwischen uns passiert ist, nie derart eskaliert, wie mir dieses Foto früher in die Hände gefallen wäre. Damit meine ich nicht, dass wir dann keinerlei Meinungsverschiedenheiten gehabt und auch offen ausgetragen hätten, aber es wäre womöglich einige Eskalationsstufen darunter abgegangen. Ein Foto, das dagegen in den folgenden Jahren mein Bild von Bob prägte und längst nicht nur meines, war der Schnappschuss in Napoleon-Montur, der in seiner Zeit als Trainer des HSV Handball entstanden ist. Ich fand die Aktion lächerlich und peinlich. Allerdings bescherte sie nicht nur Bob, sondern auch seinem Club jede Menge Aufmerksamkeit. Aber ich schaute damals nicht mit den Augen eines PA-Profis auf die Dinge, sondern als Spieler des SC Magdeburg. Während ich den HSV als sportlichen Konkurrenten wahrnahm, machte es mir das Napoleon-Bild wirklich schwer, diesen Hanning ernst zu nehmen. Das änderte sich mit seinem Engagement in der Hauptstadt. Was niemand für möglich gehalten hätte, und ich als Ur-Berliner erst recht nicht, es gelang Bob, den dortigen heillos zerstrittenen Handballverband zu vereinen und hinter das Projekt Füchse Berlin zu bringen. In einer sehr bestimmenden Art und Weise. Manche sagen diktatorisch. Aber das Resultat gibt ihm Recht.